Hallo. Hallo. Hallo Josi. Bist du der Weihnachtsmann? Nein, nein. Achso, du bist Helene. Nein, ich bin der Florian, Josi. Ich weiß doch, ich mache ja nur stark. Achso. Ich habe mich schon mal im Fernsehen gesehen. Hast du mich schon mal gesehen? Ja. Ich dich auch. Wirklich? Ja, und ich finde, du bist ein ganz großer Superstar. Danke. Wenn ich groß bin, dann will ich auch mal so ein Bad haben wie du. So ein Bad? Guck mal, der ist ganz weich, Josi. Bist du? Oh, danke. Darf ich mit euch ein Selfie machen? Ja, na klar. Ja? Komm, wir machen gemeinsam ein Selfie. Das sieht doch schön aus. Leider kann ich euch ja gar nicht richtig auf eurer Tour besuchen, denn alle Konzerte sind schon ausverkauft, ne Sascha? Ich kann dir ja eine DVD schenken. Das ist gut. Dann kann ich euch immer angucken. Ja, ein paar Karten gibt es noch. Also ich würde mich natürlich freuen und ich bin ja auch noch weiter unterwegs, also auch übernächstes Jahr. 2018 geht es weiter mit euch beiden. Dann bist du schon wieder ein bisschen größer. Ja. Ja. Die ist ja ein Stück größer und du schrumpfst. Ja, wahrscheinlich. Es ist so schön mit euch beiden. Wir freuen uns so sehr, dass ihr da seid. Vielen Dank. Und Sascha, ich habe gehört, du hast immer bei Auftritten Nasenspray mit dabei. Warum? In der Tat habe ich auch hier dabei. Ja, es ist so, dass, also beim Bauchreden, wenn die Nase zu ist, dann kann man ja nicht mehr Bauchreden. Dann kann ich nichts mehr sagen. Ja. Das möchte ich natürlich nicht und deswegen, das ist die Notrettung sozusagen. Danke. Also ich könnte das jetzt auch gut gebrauchen, denn ich sollte jetzt auch nochmal tief durchatmen für einen sehr turbulenten Auftritt mit amerikanischen Weihnachtsliedern und einer sehr temperamentvollen Frau. Hinina. Nein, die kommt später. Jetzt kommt eine Frau, die im Stern mal als bekannteste in Deutschland lebende Amerikanerin betitelt wurde. Hier ist Gail Tafts. Hier ist Gail Tafts.